kommt zu meinem video vom bus dem nato also im Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Ah, ich wollte auch mal ein Dreifahrerd russetzen. Hey, 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 hey. Ich habe sie ja vergessen. Ich weiß, wie zahle ich die eigentlich. Boah. Nächster Hall. Eintrittsägewehr. Ja, der Position macht nicht. Fahrscheinentrolle, die Fahrscheine bitte. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Wo hab ich denn... ... 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 Ja! Ich glaube, Sie haben das Abwendlicht gar nicht an. Das ist wirklich unverantwortlich. Machen Sie bitte das Licht an. Ich hab's an. Mann, nervt mich nicht. Wie war das noch gleich? Gruyère? Gruvère? Gründère? Ach stimmt, es war Gruyère. Nächster Hall, Radius. Was? Wo bin ich denn hier gelandet? Alle Lichter an. Ja, wie viele Lichter gibt's denn? Wieso fahren die, die können es verstanden? Wieso fahren die, die können es verstanden? Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Oh, ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Oh, ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Ich habe Ihnen eine Fahrt vorgelegt. Ich hab sie vergessen. Wie oft wollen sie die... Wie oft wollen sie die denn... Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Nächster Halt am Bantor. Ei, 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 ei. Manchmal fühl ich mich, als wär ich in einem Spiel. Nächster Halt am Bantor. Nächster Halt am Bantor. Genau, pünktlich. Moment. Falschungen. Ja, bitte. Klar. Nächster Halt am Bantor. Nächster Halt am Bantor. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Manchmal fühle ich mich. Nächster Halt. Altes Sägewerk. Endstation. Bitte alle aussteigen. Schon. Ging ja schnell. Ich glaub da meintet noch. Ging ja schnell. Gestern war's super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht dem alten Sägewerk Party gemacht. Du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab' geblinkt aber ja. Scherz drauf. Ich hab' geblinkt aber noch. Ich hab' geblinkt aber noch gefühlt. Ich hab' geblinkt aber noch. Ich hab' geblinkt aber auch noche. Ich hab' geblinkt aber nicht in die Möge. Ah, das hat er gemeint. Ah, das hat er gemeint. Moment, Moment, Moment. Hey, lange nicht gesehen. Oh, hi, ja, stimmt, äh, letztes Mal war... Ja, genau, damals, das war als, ähm... Ja, echt schön, dich zu sehen. Nächste Halb, altes Seegewerk, Institution, bitte... Absolut pünktlich, danke sehr. Ja, 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 ja... Das haben wir aber auch gebeten zu lassen können. Ich schlage, äh, schlage, nichts ausmachen. Nicht hier, woher draus... Ah, ja, was? Scheiße, dreck. Alles wollte ich nicht... So, als würde ich zu schnell... Okay... So, würde ich es nicht testen. Das ist ein Unfallgegen, das weiß ich eben. Meine Fresse. Ist da noch ruhig alles tippitoppi. Sogar, glaube ich, für fünf Sterne. Nein, da musste ich jetzt... Eine Rote Ampel, okay, das wollte ich testen. Das weiß ich. Sogar, da wollte ich es testen. Das weiß ich. Sogar, da musste ich mir jetzt... Sogar, da meine Fresse, das sieht aus. Ich sollte ich nicht weitermachen und nach sowas, noch da so rüber bin ich als fustig klatsch ja so ist und 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 ich hö Vielen Dank. Okay, das war's dann im Video.